Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Offener Diskurs. Mein Name ist Fabrice und heute sprechen wir über das Thema kulturelle Aneignung. Viel Spaß! Erstmal möchte ich euch erzählen, wie ich auf das Thema gekommen bin. Erst vor kurzem habe ich bei ZDF beim Fernsehformat bzw. bei YouTube-Format 13 Fragen das Thema kulturelle Aneignung gesehen. Falls jemand von euch das Fernsehformat noch nicht kennt, warum sage ich Fernsehformat, das ist eigentlich ein YouTube-Format. Falls jemand von euch das nicht kennt, schaut euch das mal unbedingt an. Ich finde, das ist ein sehr informativer Channel, auf dem sehr interessante Themen diskutiert wird, vor allem mit Personen aus unserer gesellschaftlichen Mitte. Und bei dieser Folge ging es um das Thema kulturelle Aneignung. Man stellt drei Personen auf die Pro-Seite dieses Themas und drei Personen auf die Kontra-Seite. Diese Personen diskutieren darüber und versuchen am Ende der Folge auf einen gemeinsamen Kompromiss zu kommen. Nun müssen wir als allererstes mal klären, was kulturelle Aneignung überhaupt ist und was es damit auf sich hat. Unter dem Begriff kulturelle Aneignung versteht man folgendes. Damit wird die Übernahme eines Bestandteils einer Kultur von Mitgliedern einer anderen Kultur oder Identität bezeichnet. Die ethische Dimension kultureller Aneignung wird in der Regel nur dann kritisiert, wenn die angeeignete Kultur einer Minderheit angehört, die als sozial, politisch, wirtschaftlich oder militärisch benachteiligt gilt. Etwa wegen ethnischer Konflikte. Die Kultur werde aus Sicht der Kritiker durch ihre historischen Unterdrücker ihrem Kontext entrissen. Die Verwendung des Begriffs der kulturellen Aneignung wird wiederum als Identitätspolitik kritisiert. Wenn man also nach der Definition dieses Begriffs nach Wikipedia geht, dann wird einem sehr schnell klar, dass es damit um ein Machtgefälle gilt. Also eine ethnische Gruppe ist einer anderen ethnischen Gruppe gegenüber, auf welche Art und Weise auch überlegen. Das bedeutet scheinbar, dass in den USA, in der beispielsweise Latinos oder Schwarze oder Asiaten eine Minderheit darstellen, können sie sich nicht die Altur der weißen Bevölkerung aneignen, sondern nur andersrum. Beziehungsweise wird dieser Begriff dann nicht dafür genutzt. Weil man davon ausgeht, dass zumindest auf politischer Ebene die weißen Menschen in den USA den Asiatischen, Latinos oder den Schwarzen bevorteilt sind. Und für mich zeigt sich bereits da ein kleines Problem. Und zwar funktioniert das nur in die eine Richtung, aber nicht in die andere. Aber bevor ich zu viel von meiner Meinung preisgebe, schauen wir uns auch heute das Video von 13 Fragen an. Eine Sache muss ich natürlich vorweg sagen. Das ganze Video dauert knapp 50 Minuten lang, also werde ich nur einzelne Ausschnitt aus dem Video kommentieren und auch darüber sprechen. Wenn ihr also den gesamten Kontext des Videos verstehen wollt, müsst ihr euch das Video auch ganz angucken. Ich habe nur einige Ausschnitte genommen, die für mich eine gewisse Wichtigkeit haben und zu denen ich mich gern äußern würde. Also ich praktiziere seit 17 Jahren afrozentrische Haarflechtkunst und bin eben auch spezialisiert auf diese Gruppierungen. Und ich bin mit Gambianern groß geworden quasi von klein auf und war sehr, sehr tief in dieser Kultur drin, verwurzelt. Und ich würde sagen, seit fünf, sechs Jahren ging dann diese Debatte um kulturelle Aneignung los. Und das war dann das erste Mal, dass ich mit so einer Gewalt, sage ich mal, mit diesem Thema konfrontiert wurde. Was war denn der Vorwurf? Naja, der Vorwurf war, dass ich quasi eine Kultur beklauen würde und mich dann daran in diesem Kontext, in meinem beruflichen Rahmen bereichern würde, ohne quasi der Kultur etwas zurückzugeben. Also wie ihr hier hören könnt, erzählt die Angelina die Geschichte, wie sie dazu gekommen ist, dass sie bestimmte Frisuren in ihrem Friseursalon anbietet. Ich persönlich sehe erstmal keinerlei Probleme darin, dass eine weiße Frau Frisuren aus einer anderen Kultur, als afrikanische Kultur beispielsweise, anbietet, wenn sie denn in der Lage ist, das zu machen. Das ist etwas, was nicht so häufig vorkommt und das ist eher etwas, was von schwarzen Personen oder Personen mit afrikanischer Herkunft vorkommt. Ich beispielsweise gehe ausschließlich zu schwarzen Barbern, was nicht darin liegt, dass ich schwarze Barbe bevorzuge, sondern einfach nur, weil ich denen eine gewisse Kompetenz zuspreche, die Art von Haaren zu schneiden, die ich halt habe. Ich kann natürlich auch zu einem Friseur gehen, der hier bei mir um die Ecke ist. Die Frage ist nur, ob dieser Friseur oder diese Friseurin dazu ausgebildet ist, diese Art von Haaren, die ich habe, zu schneiden. So, das ist halt eine Form von Diskriminierung, die eher auf die Kompetenz bedacht ist, als auf das Aussehen oder die Herkunft der Person, was ein wesentlicher Unterschied ist. Shannon, würdest du bei ihr im Friseursalon dir die Haare machen lassen? Respectfully no. Was müsste denn passieren, dass du sagst, hey, respectfully yes, ich gehe zu dir in den Salon, weil ich den Eindruck habe, du kennst dich aus mit dem, was du tust und du kennst auch den Background. Ich kann mir das jetzt gerade gar nicht vorstellen, dass ich sage, ich gehe zu jemandem, der nicht black ist, nicht off-color ist. Was ich problematisch finde, wenn eine weiße Person einen Haarsalon eröffnet, in dem afrikanische schwarze Frisuren als Service sozusagen angeboten werden, ist, dass ich an die Menschen denke, die das schon jahrelang machen, schon von Kindheit auf gelernt haben und einfach nicht die gleichen Zugangsmöglichkeiten haben. Das ist das Problematische für mich. Dass die Shannon jetzt sagt, dass sie niemals zu Angelina in den Friseursalon gehen will, finde ich schon ziemlich problematisch und ist an sich eine sehr rassistische Aussage. Ich hatte wegen diesem Thema auch mit einigen Leuten eine Diskussion gehabt, besonders weißen Personen, die gesagt haben, dass Rassismus gegenüber weißen Personen nicht möglich ist, aufgrund dessen, dass sie nicht strukturell unterdrückt werden. Somit bedeutet das, es geht nur in die eine Richtung. Aber wir kommen später nochmal zu diesem Punkt. Ja, es gibt ganz viel, wo angegriffen wird, wo diskriminiert wird, was falsch ist. Und ich finde auch gut, dass wir überhaupt drüber reden. Aber ich würde allen, die sich sofort angegriffen fühlen, sagen, Leute, stellt euch mal ein bisschen zurück und schaut, warum Leute was tun. Wenn sie es tun, mit der Absicht zu verletzen, ist es verletzend. Wenn sie es aber tun, weil sie eigentlich wertschätzen oder weil sie es einfach schön finden, ist das keine Verletzung im Grunde genommen. Auch wenn ihr euch selbst persönlich vielleicht verletzt fühlt. In diesem Punkt muss ich Hasslein vollkommen zustimmen. Ich kann nicht auf der einen Seite erwarten, dass die Menschen mir gegenüber tolerant und respektvoll sind, wenn ich auf der anderen Seite als Reaktion darauf selber Menschen aufgrund deren Hautfarbe nicht respektierbar oder nicht toleriere. Ja, es kann natürlich sehr gut sein, dass man aufgrund seiner Herkunft oder seiner Hautfarbe bestimmte Chancen verwert bekommt, ob es nun der Job ist oder ob es nun eine Wohnung ist. Aber als Reaktion darauf zu sagen, wisst ihr was, ich zahle es euch heim und deshalb gehe ich nicht in den Friseursalon dieser weißen Frau, ist ein Mechanismus, der das Ganze noch mehr problematisiert, statt in eine Richtung zu bewegen, in der wir uns alle verstehen und in der wir uns alle einig sind. Hami, wo fängt denn für dich kulturelle Aneignung im negativen Sinne an? Also was sind deine Erfahrungen damit auch? Ja, kulturelle Aneignung beginnt für mich da, wenn Menschen, Betroffene verletzt werden. Und da liegt die Deutungshoheit auch nicht bei Leuten, die nicht betroffen sind. Der Fox-Eis-Trend ist ja gerade sehr prominent und der ist für mich besonders verletzend. Und warum? Weil weiße Menschen sich diese Augenform, meine Augenform einfach schminken können, ohne mit den alltäglichen Diskriminierungserfahrungen leben zu müssen. Ich kann am nächsten Tag nicht meine Augenform ablegen. Für mich ist mein Aussehen kein Trend. Und wenn ich sowas sehe, dann denke ich mir, ich wurde in meiner Kindheit am laufenden Band wegen meiner Augen diskriminiert. Mir wurde Schlitzauge und sonst was gegen den Kopf geworfen. Und jetzt kommt da eine Gigi Hadid oder eine weiße Nina aus der Nachbarschaft, schminkt sich die Augen so und es ist cool. Über diesen Punkt, den Hami da genannt hat, musste ich selber sehr viel nachdenken. Zumal ich mich daran erinnern kann, dass ich vielleicht, sagen wir mal vor 15 bis 20 Jahren, als Kind sehr oft wegen meiner Lippen oder wegen meiner breiten Nase gehänselt wurde. Also Aspekte, die vielleicht sehr häufiger eher bei schwarzen Menschen vorkommen. Es ist auf der einen Seite so, dass sich ein Trend entwickelt hat, dass besonders Frauen beispielsweise sich beim Botox ihren Lippen aufspritzen, um vollere Lippen zu haben. Oder viele Leute einfach unter die Sonnenbank gehen, um dunklere Komplexe zu haben, so wie der Hasser ihn sagt. Aber eine Sache darf man bei den Ganzen auch nicht vergessen. Das sind Dinge, die in der Kindheit passiert sind. Das sind also Dinge, die durch Kinder passiert sind. Die Frage ist, ist das etwas, was durch erwachsene Personen, die eine volle körperliche und geistige Reife erreicht haben, ob das durch die immer noch passiert oder ob man einfach auch in Anbetracht ziehen muss, dass Kinder über die Dinge, die sie sagen, nicht unbedingt in der Lage sind, die in vollem Maße zu begreifen. Und nun deshalb 20 Jahre später zu sagen, weil ihr mich als Kinder gehänselt habt wegen dieser und dieser Gründe, finde ich es nicht in Ordnung, dass ihr das nun so macht. Jetzt könnte man zum Beispiel auf den Aspekt von Blackfacing kommen. Der wiederum hat aber eine negative Historie. Und zwar war das eine, nennen wir es einfach mal Kunstform, die Anfang der 2000er in den USA gemacht wurde, die aber darauf abgezählt hat, schwarze Menschen schlecht darzustellen. Nun aber das mit den Fox-Eyes hingegen ist eher etwas, was die Leute begrüßen oder als etwas Positives betrachten. Also der historische Kontext bei diesen beiden Sachen ist schon mal ein gänzlich anderer. Ich bin komplett raus, weil ein Aspekt, der jetzt gerade auch tatsächlich schon passiert, wo ich finde, wo nochmal richtig deutlich wird, wie problematisch diese Aneignung ist, dass nämlich auch Stars wie, wie heißt die gute, Kim, Kim Kardashian, sich jetzt wieder zum Beispiel ihren Po verkleinern hat lassen oder wieder zur Ursprungsform zurückgekommen ist. Miley Cyrus hat sich ihre Ästhetik, hat jetzt ihre Rap-Phase, ihre Hip-Hop-Phase sozusagen hinter sich und distanziert sich auch von Hip-Hop, um eben in der Country-Branche wieder ein bisschen größer rauszukommen oder mehr Anklang zu finden. Und genau das signalisiert hat, ah, okay, ich utilisiere diese kulturelle Aneignung zu meinen Gunsten, wenn es mir passt, wenn es mir gerade für mich gerade musikalisch, künstlerisch, mir in die Karten spielt. Den Punkt, den die Shannon hier nennt, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Dass einige Personen aus dem öffentlichen Leben bestimmte Aspekte einer anderen Kultur für sich vereinnahmen und daraus Profit schlagen und von der Gesellschaft oder von den Medien zumindest dafür gefeiert werden, vielleicht auch so für die Personen, die der Kultur angehören, dafür vielleicht verpönt wurden, ist problematisch. Das heißt, früher war es eben nicht in, dass Frauen dicke Hintern hatten. Denn heutzutage ist das etwas, was in ist und das vielleicht auch teils durch die Kardashians getrieben wurde. Nun, Kim Kardashian für ihren Hintern zu feiern, wohingegen man dafür schwarze Frauen immer verpönt hat, das ist etwas, was auch wiederum problematisch ist. Aber die Frage ist natürlich auch, wie kam diese Person zu dem dicken Hintern? Hat sie sich da apparieren lassen? Oder war sie halt einfach im Fitnessstudio und hat sich das antrainiert und hat dafür halt die Props bekommen? Ich finde, das ist halt schwierig, da irgendwo Grenzen zu ziehen und zu sagen, wo das halt okay ist und wo nicht. Wenn man etwas aus einer anderen Kultur nimmt und sagt, das ist mein Ding, das habe ich jetzt hier so rangebracht und das wurde eigentlich schon immer von anderen Leuten genutzt, dann wird das natürlich auch wieder problematisch, weil man damit natürlich der anderen Kultur tatsächlich etwas wegnimmt. Ich möchte aber noch mal was zu den Augen sagen zum Beispiel, wenn ich das nochmal darf, das ist mir sehr wichtig, weil ich finde, ich kann diese Verletztheit total nachvollziehen, dass man diskriminiert wurde, dass man blöde Sprüche und Begriffe, die ich gar nicht wiederholen möchte, gehört hat und so weiter. Ich habe mein Leben lang immer wieder Sprüche gehört wegen meiner Hautfarbe. Möchte ich auch gar keine Begriffe nennen, aber da kann man sich vorstellen. Wenn man braune Haut hat, bekommt man Sprüche zu hören. In deiner Logik müsste ich jetzt sagen, jeder Weiße, der sich bräunt, der sich sonnt, macht etwas problematisches, finde ich nicht in Ordnung, weil ich habe braune Haut, ich erlebe das, ihr entscheidet euch frei, euch zu bräunen. Bräunen darf man nicht mehr. Das fände ich absurd. Natürlich darf sich jeder bräunen. Es ist doch schön, wenn jemand dieses Ideal übernimmt. Und trotzdem kritisiere ich diejenigen, die mich beleidigen wegen meiner Hautfarbe. Das heißt, diejenigen, die dich beleidigt haben wegen deiner Augenform, dass du die kritisierst, bin ich sofort bei dir. Und ich finde, da trifft es Hasnain genau auf den Punkt. Ich habe halt den Eindruck, dass Hami da eine sehr, sehr emotionale Perspektive auf diese Dinge hat. Weil ich als Kind gehänselt wurde, ist es nicht in Ordnung, dass ihr das nun als eine Art Trend benutzt. Ich kann verstehen, dass sie sich dadurch gekränkt fühlt oder auch diskriminiert fühlt. Jedoch ist der Punkt, den der Hasnain da anspricht, ich kann nicht sagen, weil ich als Kind wegen meiner Hautfarbe gehänselt wurde, dürfen weiße Menschen nicht mehr unter die Sonne und nur noch bis zu einem gewissen Grad braun werden, weil es einige Leute gibt, die schwarze Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminieren. Vielmehr ist die Problematik die Personen, die tatsächlich diskriminieren. Nicht etwas tun, was vielleicht einer anderen Kultur irgendwie angehört oder sonstiges. Das Problem bei diesem Thema ist vor allen Dingen auch, dass Kulturen ja kein statisches Konstrukt sind, sondern relativ dynamisch. Sich verändert, sich weiterentwickelt, sich gewisserweise auch anpasst. Nun kann man schwer sagen, was nun zu einer Kultur gehört und was nicht. Wenn wir den Aspekt von, nehmen wir mal Frisuren nehmen, könnte man sagen, okay, weil schwarze Menschen mit Rasterfiguren vielleicht angefangen haben, was teilt sich einmal gar nicht stimmt. Ich habe gesehen, dass selbst in Europa damals Rasterfrisuren auf eine gewisse Art und Weise Trend waren. Aber nehmen wir einfach mal an, dass Rasterfrisuren von Schwarzen erfunden wurde, kann man dann jetzt sagen, okay, nun darf aufgrund dessen jede schwarze Person auf dieser Welt Rasterfrisuren tragen oder muss man das nochmal eingrenzen. Da sagen wir mal, Rasterfrisuren wurden nur in Westen Afrikas getragen. Können das jetzt Menschen in Ostafrika, in Nordafrika oder in Südafrika auch tragen oder ist es dann nicht mehr in Ordnung, weil sie an sich nicht Teil dieser Kultur sind, sondern legt sich nur die Hautfarbe teilen. Ihr merkt also schon, Kultur in Italien ist nicht das Gleiche wie Kultur in Deutschland. Ist es dann in Ordnung, dass in Deutschland bestimmte Aspekte italienischer Kultur übernommen werden, weil Deutsche auch weiß sind, so wie Italiener, oder muss man sagen, nee, ihr gehört einer anderen Nation an, deshalb ist es nicht in Ordnung. Was ist mit den Thailändern, Chinesen, sonst was, die zum Oktoberfest kommen und sich Lederhose anziehen und Dirndl, die Frauen und so weiter, das ist auch kulturelle Aneignung. Dürfen sie das und ist es in Ordnung? Natürlich, ist es doch total in Ordnung. Genau, das ist eine entscheidende Frage. Wie betrachtet man das, wenn es in die andere Richtung geht? Also eine Familie, chinesische Herkunft, die auf das Oktoberfest geht und dort bayerische Tracht trägt und sich dort bedrängt. Ist das in Ordnung oder beziehungsweise ist diese Art von kultureller Aneignung in Ordnung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Wenn man auch sagt, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Weiße das machen, dann dürfte es in die andere Richtung auch nicht in Ordnung sein. Ich hatte eine Unterhaltung auf Instagram mit jemandem gehabt, als ich dieses Thema angestoßen habe und habe ihn gefragt, wie würdest du das, beziehungsweise würdest du das Kostüm eines Indianer-Häuptlings tragen? Er sagte, er würde das nicht machen aufgrund des Genozids an den Ureinwohner Amerikas. Und dann habe ich ihn gefragt, wie würdest du dazu stehen, wenn ich das machen würde? Und er sagte, würde ich das in meiner Freizeit machen, wäre das vollkommen in Ordnung. Jedoch fände er es zum Beispiel an Fastnacht nicht in Ordnung. Wo ich denke, okay, den Unterschied mit Fastnacht und meiner Freizeit, das kann ich noch nachvollziehen, dass man sagt, dass zu einem, die Art des Festes, wie Karneval halt ist, dass es vielleicht nicht angebracht ist, diese Kleidung zu tragen. Jedoch dachte ich, warum sollte es für mich als schwarzen Mann aus Afrika, der in Deutschland lebt, in Ordnung sein, diese Kleidung zu tragen, aber für ihn als weißer Deutscher eben nicht. Nur weil in der Vergangenheit weiße Menschen Verbrechen an amerikanischen Uremwohnungen begangen haben, das hat doch mit ihm gar nichts zu tun. Das heißt, diese Logik, die dahinter schon stand, die konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Ich verstehe es, wenn es einen gewissen zeitlichen Kontext oder zu bestimmten Ereignissen nicht angebracht ist, bestimmte Sachen zu tragen oder bestimmte Sachen zu machen, das verstehe ich vollkommen. Aber zu sagen, dass es für die einen Leute in Ordnung ist und für die anderen nicht, weil es aufgrund der Historie mal Probleme gab, finde ich schon ein bisschen eigenartig. Wenn die asiatische Familie zum Oktoberfest geht und sich bayerische traditionelle Tracht anzieht, ist es deshalb etwas anderes, weil einfach die Geschichte, die dahinter steht, jetzt von, ich sag mal, Bayern, so weit ich es weiß, ich bin auch in Bayern groß geworden, teilweise erinnere ich mich jetzt nicht, dass in jüngster Vergangenheit oder auch in älterer Vergangenheit Bayern versklavt wurden, unterjocht wurden oder sich jemals ein anderes Volk oder die Mehrheitsgesellschaft über Bayern lustig gemacht hat. Shannon hat das Beispiel gebracht, dass man ja auch keine KZ-Kleidung tragen würde zu Karneval oder zu sonstigen Veranstaltungen. Es geht um Verkleidungen, es geht darum, dass ich mich eben kommerziell wesentlich besser darstellen kann, positionieren kann. Es geht nochmal, also wir reden wirklich um Lebensraum, den manche Menschen einfach verwehrt bekommen und andere dafür aber wieder gepriesen werden. Es ist so eine Riesenvielzahl. Es ist genauso verkehrt, zum Beispiel, sich eben als KZ-Insasse zu verkleiden. Warum? Weil einfach so ein Riesengeräuel damit einhergeht, mit der Geschichte, die damit einfach einhergegangen ist. Und da wir ja verstanden haben, wie schrecklich das war, warum sollte es witzig sein, sich so zu verkleiden? Denn was da passiert ist, dass einfach Menschen so karikatiert werden. Das kann ich verstehen. Aber dieses Beispiel finde ich schon etwas verkehrt, aufgrund dessen, dass wir alle wissen, welche negative Implikation mit diesen Kleidungsstücken einhergeht. Wenn wir jetzt beispielsweise auf der einen Seite einen Kimono aus Japan nehmen und KZ-Kleidung, die während der NS-Zeit getragen wurde, sind das zwei Dinge, die man auf keine Art und Weise miteinander vergleichen kann. KZ-Kleidung wurde von den Deutschen, beziehungsweise von den Nazis, den Juden und den Gefangenen aufgezwungen und war nie Teil deren Kultur. Wohingegen ein Kimono immer Teil japanischer Kultur war und keiner negativen Kontraktion zugrunde liegt. Das heißt, wenn ich nun KZ-Häftlingskleidung trage, könnte man meinen, ich mache mich darüber lustig oder bin einfach ignorant, was den kulturellen und historischen Kontext anbelangt. Wenn ich jetzt aber ein Kimono trage, kann es einfach sein, dass ich die Muster dieses Kimonos einfach schön finde und das Kleidungsstück schön finde. Aber ich werde höchstwahrscheinlich nicht die Kleidung eines KZ-Häftlings schön finden. Deshalb muss man da schon klar unterscheiden, in welchem historischen Kontext das Ganze steht. Ich denke, ich muss an dieser Stelle nochmal einen Punkt etwas klarer machen. Ich kann natürlich verstehen, dass ein Indianer beziehungsweise ein amerikanischer Ureinwohner gegenüber einer weißen Person, die deren Kleidung trägt, etwas kritischer gegenübersteht als beispielsweise einem Asiaten oder einer schwarzen Person. Aufgrund des geschichtlichen Hintergrunds. Jedoch finde ich es problematisch, wenn man auf der einen Seite sagt, du darfst es tragen, du aber nicht. Weil das ja auch eine Form von Diskriminierung ist. Und da muss man Folgendes betrachten. Man kann Menschen, die heute geboren wurden, nicht für die Taten verantwortlich machen, die Menschen vor Hunderten von Jahren gemacht haben. Ich kann nicht dem Johannes hier aus Bayern die Schuld für die Dinge, die im Zweiten Weltkrieg die Patienten die Schuld geben, wenn er 1990 geboren wurde. Das funktioniert so nicht. Wenn jemand so etwas wie eine Erbschuld trägt, dann ist es der Staat, in dem die Menschen leben. Aber man kann nicht ein einzelnes Individuum für diese Dinge verantwortlich machen. Und das wollte ich einfach nochmal klar machen. So, das war es jetzt von mir zu diesem Thema. Ich hätte noch viel mehr sagen können, aber ich wollte das Video nicht allzu lang machen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da, abonniert den Channel. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ich mit dem, was ich gesagt habe, komplett falsch liege, lasst mir gerne einen Kommentar da. Da können wir uns weiter darüber unterhalten. Also bis bald.